Bro, ich hab Tobe soffener. Ich hab's noch nicht so ganz verstanden, dieses Brauhaus war irgendwie strange. Ihr müsst euch vorstellen, wir waren wie gesagt in diesem Brauhaus, ich hab mir Wiener Schnitzel und Bier reingefahren und dann kam DJ Jürgen, okay? Und dann ist auf einmal die Meute, die so, die Energy in diesem Brauhaus ist irgendwie gechanged in dem Moment. Ich war so eine Minute auf Klo, ich komm wieder, auf einmal, da war so in diesem Brauhaus war so ein Baum, auf einmal steht da so ein Typ auf dem Baum, er trinkt einfach Bier auf dem Baum. Okay, Bro, chillig. Dann war noch so ein anderer Typ, der war irgendwie so 60 oder so, der hatte so einen Hut auf, der war so. Okay, der kam mit so zwei Holzlöffeln, immer so. Was ist denn hier falsch in Österreich, Bro? Ist alles in Ordnung, Bro? Seid ihr sicher, dass euch irgendwie die Luft gut tut und so? Es ist ein bisschen strange, sage ich ganz ehrlich, es ist ein bisschen weird. Und eine Sache, die in Österreich auch extrem komisch ist, könnt ihr nicht einfach, wenn man im Supermarkt ist, einfach sagen, vollen sie eine Tüte? Warum sagt ihr, wollen sie ein Sackrill? Bro, nein, ich will eine fucking Tüte haben. Kein Sackrill, eine Tüte, Bro, bitte. Eine fucking Tüte.